Oha Digga, ich werde ja richtig in den Himmel gehoben von ihm, das ist ja heftig. Aha, ich wollte immer wie Lukas sein, doch hier Nacht bin ich still, okay? Oh mein Gott Digga, okay Leute, ich muss jetzt erstmal kurz zu Kevin etwas fragen. Ich trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle sieben Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video und Freunde, oh mein Gott alter, es ist endlich zu weit. Seit Clash Games hat einen neuen Diss Track rausgehauen und zwar einen Diss Track gegen sich selbst, Freunde. Ich bin mal mega gespannt auf jeden Fall. Ihr seht hier mal den Diss Track, den er davor hochgeladen hatte. Dort ging halt quasi das alles gegen mich, also es war ein Lukas Brawl Stars Diss Track. Jetzt hat er sich selbst gedisst, da bin ich mal mega gespannt. Ich habe auf jeden Fall auch, weiß ich, eine kurze Szene in diesem Diss Track sozusagen mit drin. Aber ich habe ihn noch nie gesehen oder noch nie gehört in Diss Track. Ich bin mal gespannt, ob er mich erwähnt hat oder sonst was in diesem Diss Track. Ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. Lasst unbedingt ein Like da, ein kostenloses Abo und schreibt mal, wie ihr den Diss Track fandet von Kevin gegen sich selbst. Und ich würde sagen, wir starten rein. Also Freunde, ich darf hier jetzt schon ein bisschen früher drauf reagieren. Der Song ist gerade auf nicht gelistet. Also Kevin hatte mir ein bisschen früher schon zukommen lassen, aber ich habe ihn wirklich noch nicht angeschaut. Und genau, auf jeden Fall kann man den Song auch schon streamen. Und ich würde sagen, ich habe echt gar keine Ahnung, was hier auf mich zukommt, Leute. Ich würde sagen, let's go. Hä, lol, das ist doch so eine, Dinger, das ist doch diese Nintendo Wii Musik, oder? Warte mal, ist das die, ist das die Nintendo Wii Musik oder die von Mario Kart? Aber Dinger, die kommt mir direkt bekannt vor, lol. Aha, okay. Jo, okay. Oha. Ey, Digga. Okay, Roast Yourself Challenge. Leute, ich glaube, er schläft hier gerade im Hired Hotel in Köln. Dinger, okay, krass. Also, ja, dieser Crumble ist auf jeden Fall wieder am Start. Sehr, sehr heftig. Also, ne, er kann auch sehr gut rappen, muss man sagen, im Gegensatz zu Kevin. Kappa. Ne, Spaß auf jeden Fall. Okay, fängt schon mal cool an, ähm, das finde ich ganz geil mit diesem Nintendo Beat, ne, so ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Er ist hier auf jeden Fall in Köln, das sieht man. Dinger, oh, Leute, ich weiß, glaube ich, sogar, wo er hier ist. Äh, ich glaube, der ist hier bei diesen Kranhäusern in Köln. Ihr seht mal hier, die Kranhäuser eingeblendet, Leute, da war ich nämlich auch schon mal. Okay, krass. Also, er disst sich hier, kommt er jetzt selbst weg, beziehungsweise Crumble disst ihn so mit. Okay, sehr, sehr heftig. Ich finde das Musikvideo auch bisher sehr cool, muss ich sagen. Ja. Okay, ich bin mal gespannt, wie gesagt, ob er mich noch erwähnen wird. Aha, ich wollte immer wie Lukas sein, doch hiernach bin ich still, okay. Ich bin und bleibe Kevin, denn für Lukas fehlt der Skill. Ich bin kein Rapper, selbst wenn ich paar Rap-Texte bringe. Was bringt mir denn Star-Shelley, wenn ich hier der Schlechteste bin? Ja, jetzt endlich spricht hier Kevin mal Real Talk, ne. Also, das waren auf jeden Fall hier die ehrlichsten Zeilen bisher auf jeden Fall, die Kevin hier gesagt hat. Äh, genau. Denn für Lukas fehlt der Skill. So sieht es nämlich aus, Leute. Man weiß es immer in der Brawler-WM gegen Kevin, ne. Da sieht man das ja immer mit dem Skill. Ich bin kein Rapper, selbst wenn ich paar Rap-Texte bringe. Was bringt mir denn Star-Shelley, wenn ich hier der Schlechteste bin? Ja, das stimmt. Also, er hat halt wirklich Star-Shelley, ich leider nicht. Aber was bringt es ihm, weil er einfach schlecht ist, Kappa? Ne, Spaß beiseite, natürlich. Ich will ja auch nicht Kevin übelst wegdissen. Äh, okay, okay. Also, Kevin denkt, er wäre der Beste hier, was ein Knecht. Doch kein Geld dieser Welt bringt deine Haare hier weg. Wurde es Lukas mit Melonen, doch wer macht bitte Eier? Und ihr verkauft die Klipze, schraut, wie kann man sowas feiern? Ich kenne mich durch YouTube und versuche an ihn ranzukommen. Doch werde Lukas nie erreichen, ganz egal, was kommt. Oha, Digga, Alter. Ich werde hier richtig in den Himmel gehoben, so von ihm. Das ist ja heftig. Ich werde Lukas nie erreichen, ganz egal, was kommt. Das ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr heftig. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll oder wie er das jetzt genau meint. Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Keine Ahnung. Also, ey, krass. In diesem Song werde ich ja hier ganz anders, wie soll man sagen, wahrgenommen. Reizerische Titel und dazu sind die auch bad. Wie soll man mich denn feiern, denn ich bin doch ziemlich schlecht. Ich hau dich raus, ganz locker. Hahaha. Leute, da war, ja, da war die Szene auf jeden Fall drin, die ich aufnehmen sollte. Wie ich hier quasi in ein Ei reinbeiße. Das ist sehr, sehr geil. Oh mein Gott, da bin ich. Oha, wie viele Leute hat er quasi mit dem Ei. Ideöse Schmutz und ein verzweifelter Versuch. Was zu reißen, das ist vorbei. Wir verbessen das Tuch. Ey, das ist mega geil mit den Eiern, ne. Dass da quasi so viele mitgemacht haben. Auf jeden Fall sehr krass. Ich musste auf jeden Fall erstmal an so ein hartgekochtes Ei dafür rankommen. Wenn man hier nochmal auf YouTube schaut, minus 90.000 Abos, so sieht meine Zukunft aus. Meine Abos fast Millionen, doch die Videos nur 10k. Oh mein Gott. Also ich hoffe natürlich, dass das nicht so kommt, wie ihr jetzt hier auf jeden Fall schreibt, ne. Oder singt, wie auch immer. Also wie gesagt, hoffentlich läuft es weiterhin stabil, ja. Bei uns beiden natürlich, ne. Bei jedem. Oh mein Gott, Digga. Okay, Leute, ich muss jetzt erstmal kurz Kevin etwas fragen auf WhatsApp. Leute, ich werde ihm jetzt mal eine Audio schicken, ne. Digga, Alter. Weil da muss man mir auf jeden Fall nochmal dazu was sagen. Sehr, sehr heftig. Okay, Kevin. Also erstmal auf jeden Fall hier, danke, danke für die ganzen Komplimente in deinem Song. Bin ich dir ja gar nicht gewohnt. Ich habe ein paar Fragen auf jeden Fall an dich, Kevin. Ähm, und zwar zum einen, äh, du singst zum Beispiel jetzt auf jeden Fall, ja, richtigerweise, ne. Dass ich quasi mehr Skill habe als du, das stimmt. Ähm, dann auf jeden Fall, ähm, dass du mich nie erreichen wirst. Äh, das kannst du ja nochmal gerne, äh, ja, sagen. Ähm, also, was meinst du damit genau? Meinst du jetzt auch vom Skill her? Ähm, oder eher so von, äh, also von was genau? Das würde mich mal sehr interessieren. Das war an dieser Stelle, wo du bei diesen Kranhäusern warst. Okay, Leute, wir schauen jetzt einfach mal, was er antwortet. Ich bin mal gespannt. Let's go. Hallo, Lukas. Äh, ja, man muss ja, wenn man die Melone in einem Video quasi zerstückelt hat, dann muss man ja auch so frei sein. Nein, hat er nicht? Ich bin ja ein sozialer Mensch und pflücke dann die Melone wieder zusammen. Aha. Ich kann ja sie so fein säuberlich zerteilen und dann wieder mit Sekundenkleber so zusammenkleben. Das wollte ich halt einfach in dem Video so ein bisschen machen. Und das musste ich halt lyrisch in einer gewissen Art und Weise auch so ausdrücken. Ähm, ja, deswegen. Also, das ist einfach, sie ist als eine lyrische Zusammenflickung der zerstückelten Melone. Okay, also er, okay. Ich weiß schon, worauf er hinaus will, aber, ja, auf jeden Fall, ey, nochmal ein Grüß an Kevin. Ich fand den, äh, Diss-Track sehr nice gegen sich selbst, ne. Also, fand ich sehr cool vom Musikvideo, vom Text und von allem. Also, der hat mir besser gefallen als der letzte natürlich, ne. Ähm, auf jeden Fall, Kevin, grüßt Ihnen raus an dich, Leute. Lasst nochmal einen Like, dann kostenlos Abo. Checkt natürlich nochmal Kevins Song ab. Wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.